Ja, genau. Also. Als was möchtest du denn wiedergeboren werden? Na, wenn du mich so fragst. Als Mann. Als Mann? Ja, Mann. Warum als Mann? Pass auf. Wenn ich mal wiedergeboren werden sollte, was ich schon immer mal erleben wollte, dann bitte, bitte mit nem Penis. Vielleicht als Jürgen oder Dennis. Ja, dann würden mir beruflich alle Türen offen stehen. Und im Stehen könnt ich dann gleich noch zum Pinken gehen. Ich warte nicht mehr lange in der Toilettenschlange. Geile Idee, dann bin ich dabei. Wenn ich mal wiedergeboren werde, dann wär ich gern als Mann auf dieser Erde. Falls ich dann mal Langeweile hab, spiel ich Taschenbillard in der Buchse mit dem Stab. Ich würd mir nie, nie wieder die Beine rasieren. Und dann im Winter auch nicht mehr so frieren. Immer ohne Hose rumlaufen. Ohne Hose. Ist ja so geil. Bist du dabei? Ich bin sowas von dabei. Jawohl. Wir würden nachts nachts durch die Straßen laufen. Uns mit Fremden besinnungslos besaufen. Ich würde mir einen dicken Porsche kaufen. Das heißt dann aber, dein Ding ist klein. Ach echt? Ach nee, dann lass ich's lieber sehen. Wir würden Pics von unseren Nippeln auf Facebook posten. Ne geile Late-Night-Show im Fernsehen hosten. Wie cool wär so ne Wiedergeburt. Aber nur als Klaus, Mark, Dieter oder Kurt. Ja, ich werde Dieter. Ich werde Kurt. Ja, ich werde Dieter. Ich werde Kurt.